hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen info video schon lange zeit kein info video mehr hier auf youtube gemacht jetzt geht es hier um satisfactory satisfactory darf ab freitag 18 uhr gezeigt werden also am 8 dritten ab 18 uhr darf man gameplay zeigen im hintergrund läuft hier gerade noch der gameplay trailer von der e3 und dann ab freitag hier auch auf youtube gameplay mit einem let's play zusammen mit dem kollegen fleischhammer werden wir noch ein bisschen was aufnehmen für euch außerdem gibt es dann ab 18 uhr parallel zum release auf youtube einen live stream und zwar auf twitch.tv slash hirnsturz könnt ihr euch ein bisschen mehr von dem spiel noch angucken und auf fragen stellen und so weiter ich würde mich freuen wenn ihr einschaltet twitch.tv slash hirnsturz ein live stream mit satisfactory das spiel selbst erscheint ab dem 19.3 auf epic beziehungsweise im epic game store und kostet 29 99 und wenn ihr lust habt könnt ihr euch schon mal einen kleinen eindruck vorher verschaffen und gucken ob ihr bock habt auf das spiel das ist im endeffekt ist es faktorio in 3d man sieht es ja auch hier im trailer es müssen produktionsketten aufgebaut werden aliens bekämpft werden sachen erforscht werden und 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 also es kommen noch ein paar sachen rein es ist erst mal early access einigen inhalte kommen dann erst mit der zeit rein aber wie gesagt ab morgen 18 uhr haben wir so einen kleinen ersteindruck und satisfactory und zum beispiel züge die kommen glaube ich jetzt erst im mai haben die entwickler schon gesagt aber es ist schon großteil der inhalte sind schon im spiel drin und sieht wirklich gut aus unreal engine ja im epic store ab 19 erhältlich und morgen weiter den achten dritten oder je nachdem wann ihr das video seht ab 18 uhr auf twitch.tv und als let's play hier auf youtube ich freue mich drauf bis morgen